Er ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen. Sie waren befehlig, so wie das Leicht. Oh, mein Gott, ist das einfach genau. Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederprestiger, treulöser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmolz des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Kamerade, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmale Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur festigen Widerstand, ich hat weggelegt! Es hat er gut daran getan! Und jammern alle Höroffiziere nicht mit dir hinzulassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und ich bin ich mit Ihnen in die Kugel-Statse! Ich bin jetzt in der Kugel-Statse! Und ich bin bei Ihnen Poisindular! Und ich bin bei Ihnen in der Kugel-Statse! Und ich bin jetzt mit Ihnen in der Kugel-Statse! Und ich bin sehr地 mal investiert, Und ich bin mit mir ein Konflict! Und ich bin hier! Ich bin dann mit mir verletzt und ein paar themes. Untertitelung des ZDF, 2020